Der heutige Tag dürfte für Luisa Neubauer sicherlich nicht angenehm gewesen sein und der Grund dafür ist eine Neuigkeit, die gerade für einiges Aufsehen sorgt. Es geht um ihr Engagement für Fridays for Future. In den letzten Jahren sind immer wieder Gerüchte aufgetaucht, dass ihr Einsatz nicht nur aus Leidenschaft für die Sache erfolgt, sondern dass auch finanzielle Interessen dahinter stecken könnten. Neubauer hat diese Vorwürfe zwar immer bestritten, aber wenn man einen Blick auf ihre Vergangenheit wirft, scheint dies in einem starken Widerspruch zu stehen. Der Auslöser für den aktuellen Wirbel ist eine Enthüllung über das Vermögen von Luisa Neubauer, die von der Zeitschrift Fokus recherchiert wurde. Diese Information wurde bereits vor einiger Zeit veröffentlicht, dann jedoch aus der Öffentlichkeit verschwunden, bis sie nun wieder auftauchte. Laut den Recherchen des Fokus-Teams hat Neubauer mittlerweile ein Vermögen von 2,6 Millionen Euro angehäuft. Diese Enthüllung wirft natürlich die Frage auf, woher dieses Geld stammt. Einige spekulieren, dass das Vermögen möglicherweise aus ihrer Familie stammt. Es ist bekannt, dass ihr Großvater sehr wohlhabend ist, sein Vermögen wird auf etwa 700 Millionen Euro geschätzt. Allerdings lassen sich solche Behauptungen nicht einfach verifizieren. Stattdessen haben einige große Zeitungen begonnen zu recherchieren, wie Neubauer dazugekommen sein könnte, solch ein Vermögen anzuhäufen. Es gibt einige Beispiele, die Licht auf diese Frage werfen könnten. Zum Beispiel wurde ihr ein lukrativer Posten im Aufsichtsrat von Siemens angeboten, was sicherlich gut bezahlt wird. Ein weiteres Beispiel ist ihr Deal mit Spotify im Rahmen des Young Creator-Programms, für den sie ordentlich entlohnt wird. Neubauer befindet sich offensichtlich in einer Verteidigungshaltung, wenn es um ihre Finanzen geht. Das ist verständlich, denn als führende Figur einer gemeinnützigen Organisation ist es heikel, finanzielle Interessen offenzulegen. Journalisten bohren jedoch weiter nach, was zu interessanten Antworten führt. Neubauer betont, dass sie sich darüber im Klaren ist, dass Fragen zu ihren Finanzen gestellt werden, aber sie scheint nicht bereit zu sein, Details preiszugeben. Dies führt zu weiteren Spekulationen und Fragen nach der Glaubwürdigkeit ihres Engagements. Es stellt sich die Frage, ob es moralisch vertretbar ist, dass eine Aktivistin wie Neubauer so viel Geld verdient. Ist eine Grenze überschritten, wenn finanzieller Erfolg mit einem Engagement für eine Sache einhergeht? Dies sind Fragen, die eine Debatte über die ethischen Dimensionen des Aktivismus und des finanziellen Gewinns auslösen. Wir wissen, dass die aktuellen Turbulenzen durch eine Enthüllung über Neubauers Reichtum ausgelöst werden, die von der Zeitschrift Focus recherchiert wurde. Diese Informationen waren bereits zuvor veröffentlicht worden, wurden dann aber bis zu ihrem erneuten Auftauchen aus der Öffentlichkeit verbannt. Damit hat Neubauer nun ein Vermögen von 2,6 Millionen Euro angehäuft. Diese Enthüllung wirft unweigerlich die Frage auf, wie ein Aktivist wie Neubauer zu solchem Reichtum gelangt ist. Einige vermuten, dass dieses Vermögen von seiner Familie stammt, nämlich von seinem Großvater, dessen Vermögen auf rund 700 Millionen Euro geschätzt wird. Allerdings sind diese Annahmen schwer zu belegen. Stattdessen begannen große Zeitungen zu untersuchen, wie Neubauer zu solch beträchtlichem Reichtum kommen konnte. Es gibt einige Hinweise, die Aufschluss darüber geben könnten, wie Neubauer zu seinem Vermögen kam. Beispielsweise wurde ihm ein lukrativer Posten im Aufsichtsrat von Siemens angeboten, der zweifellos gut bezahlt ist. Ein weiteres Beispiel ist sein Deal mit Spotify im Rahmen des Young Creator-Programms, für den er eine erhebliche Vergütung erhielt. Neubauer befindet sich offenbar in einer defensiven Position, was seine Finanzen angeht. Das ist verständlich, denn als prominente Persönlichkeit einer gemeinnützigen Organisation ist die Offenlegung finanzieller Interessen heikel. Doch die Beharrlichkeit der Journalisten führt zu weiteren Spekulationen und wirft Fragen an der Glaubwürdigkeit ihres Engagements auf. Es stellt sich die Frage, ob es moralisch vertretbar ist, dass ein Aktivist wie Neubauer so viel Geld verdient. Überschreitet es die Grenze, wenn finanzieller Erfolg mit Engagement für eine Sache einhergeht? Diese Fragen werfen Licht auf die ethischen Dimensionen von Aktivismus und finanziellem Gewinn und erfordern eine eingehende Debatte über diese Themen. Sag mir, was du denkst. Wir sehen uns im nächsten Video.